Dennis, Dennis? Mein Vater wohnt wieder bei uns, seitdem ihn seine Freundin rausgeschmissen hat. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Und heute sollte Dennis ihm bei irgendwas helfen. Ich weiß gar nicht, wobei. Und dann komme ich und finde, höre diesen Schrei und finde meinen Mann unter Papas alten Eisschrank. Und von meinem Vater keine Spur. Dennis! Oh mein Gott. Warte, ich rufe den Notarzt. Jetzt. Auf Streife, die Spezialisten. Da ihr Mann unter einem noch angeschlossenen Eisschrank liegt, bittet die Leitstelle Nuna sofort den Strom abzustellen. Zu groß ist die Gefahr, dass ihr Ehemann oder die Spezialisten einen elektrischen Schlag erleiden können. Erstmal den Kühlschrank hier runter. Ist der noch unter Strom? Nein, da habe ich Strom. Wurde mir durchgesagt, den soll ich abstellen. Ja, ja, das habe ich gehört. Dennis. Ach, was gibt denn da raus? Was ist denn da? Dennis, Dennis heißt er. Ach, du liebe Zeit. Das war aber unternehmen. Ja, er hatte eine Strommarke. Oh, okay. Wir müssen schon davon ausgehen, dass er also hier gefährliche Herzrhythmusstörungen hat. Wir trafen auf einen somnolenten Patienten, der offensichtlich durch einen Kühlschrank, einen Eisschrank, einen Stromschlag erlitten hatte, der ihm dann zusätzlich noch auf den Körper gefallen ist. Und das ist insofern gefährlich, dass also Strom, wenn er durch den Körper fließt, kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen und eben auch zu Verkrampfungen der Muskulatur, insbesondere der Atemmuskulatur mit Atemstillstand. Wir machen unbedingt ein EKG. Ja, bereitet es doch schon vor. Dann halten Sie mal so ein bisschen Abstand, dass meine Kollegen da, das scheint ja jetzt wirklich schlimm auszusehen. Was ist denn nun passiert? Ach, der ist ja auch noch eine Prellmarke, wahrscheinlich durch den Kühlschrank hier, ja, der ist eben auf den Brustkorb gefallen. Dass also hier jemand einen Eisschrank einfach so hin und her schleppen möchte, obwohl der noch unter Strom ist, ist natürlich wirklich gefährlich und sollte man so auch nicht machen. Nur hier sollten wir noch auf ganz andere Sachen stoßen, die uns wirklich den Atem rauben. Nimmt er irgendwelche Medikamente ein? Nimmt er keine Medikamente ein, aber mein Vater und der, der ist irgendwie jetzt auch nicht da. Ihr Vater? Ja, mein Vater, der lebt hier mit uns und der ist weg. Und ich verstehe nicht, die wollten zusammen diesen Eisschühlschrank hier bewegen. Ja, möglicherweise hat er ja auch einen Elektroschock erlitten. Mein Vater nimmt Medikamente, der wegen seiner Herzsache. Und ich weiß gar nicht, warum der wegrennt und mein Mann so liegen lässt. Okay, also nochmal ganz in Ruhe. Mein Vater war schon ein bisschen schwierig in letzter Zeit. Es gab auch immer wieder Zoff zwischen meinem Mann und ihm. Das ist auch verwirrt, vergisst Sachen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber würde er dann meinen Mann mit Absicht verletzen? Ist jetzt irgendwie so der Streit so eskaliert, dass es da heute zu irgendwie einem Drama kam? Sollte Lunas Vater ebenfalls einen Stromschlag erlitten haben, könnte dies bei dem alten Mann lebensgefährliche Auswirkungen haben. Während die Hausfrau noch überlegt, wo der vergessliche Rentner hingelaufen sein könnte, verschlechtert sich der Zustand ihres Mannes dramatisch. Hör mal, wer hat ein Problem? Wir müssen jetzt hier mal weiter gucken, dass wir ihn stabilisiert bekommen. Er kriegt immer mehr Rhythmusstörungen. Ja, alles klar. Nicht, dass wir noch hier defibrillieren müssen. Oh mein Gott. Unsere Erstmaßnahmen, die griffen sofort. Der Patient stabilisierte sich. Aber im weiteren Verlauf dekompensierte er mit seinem Kreislauf. Im EKG war auf einmal eine ventrikuläre Tachykatie erkennbar. Soll ich weggehen? Wir bleiben uns einfach da stehen. Wir machen das schon. Was auf ihr sucht denn? Der hat ja möglicherweise auch einen Elektroschock. Das ist sein Vater. Vielleicht. Also die Zeit, die drängt. Ihr müsst unbedingt los und wir finden. Okay, nehmen Sie mal rein. Ich komme mit und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwo finden. Das Ganze war total seltsam. Mein Vater würde doch nicht mit Absicht meinen schwer verletzten Mann da liegen lassen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass er selber verletzt ist und auch Hilfe braucht. Ich bin jetzt mit ihr hier drin, durch die ganze Rude. Da geht er ja noch Kilometer nach hinten. Nirgendwo. Hier ist alles weg. Ihr habt nichts erfunden. Nein. Wenn der irgendwo hier draußen liegt oder so, dann finde ich den nicht. Dann muss ich mir Unterstützung holen. Ich funk mal die Leitstelle an und guck mal, was die mir schicken kann. Die Melderin sagt, dass ihr Vater vermisst wurde. Das ist natürlich auf so einem großen Gelände mit angrenzendem Waldgebiet ziemlich gefährlich. Zumal sie auch noch mithalte, dass er stark verwirrt ist und das schon über Tage. Hier bestand natürlich akute Lebensgefahr, dass ich hier definitiv Unterstützung brauchte im Grunde von einem Suchtrupp oder auch einem Hundeführer. Ja, okay, muss ich gucken, was ich jetzt auf die Schnelle hier an den Start kriege. Den Hundeführer habe ich in Bereitschaft. Mit dem Trupp weiß ich noch nicht. Soll wahrscheinlich schnell gehen. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Dann schick mir auf jeden Fall erstmal den Hundeführer. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Gut, ich gucke, dass ich den schnell losschicke. Ich würde in Bereitschaft auch gleich noch ein zweites Einsatzmittel losschicken, falls die Person verletzt ist. Positiv? Definitiv. Zweite RTW hätte ich jetzt ebenfalls angefordert. Es besteht höchste Lebensgefahr. Verstanden. Ich melde mich. So, also, mitgekriegt, ne? Ja, RTW 2 kommt. RTW 2 kommt. Dann würde ich jetzt nach vorne gehen, den Hundeführer abfahren. Und Sie kommen am besten aber mit mir mit. Aber ich kann meinen Mann jetzt nicht alleine lassen. Ich war total hin und her gerissen. Bleibe ich jetzt bei meinem Mann oder helfe ich bei der Suche nach meinem Vater? Der absolute Albtraum. Keine Sorge, gucken Sie mal. Wir haben einen Doktor da. Wir tun unser Bestes, ganz ehrlich. Und der wird gleich in das Krankenhaus eingeliefert und überwacht. Ich denke, ja, natürlich, ja. Okay. So, lasst uns meine Kollegen in der Arbeit machen. Kommen Sie mit mir mit. Wir müssen ja auch noch Ihren Vater finden. Ja, ja. Dennis' Zustand ist sehr ernst. Notarzt Detlef Dorak und sein Team bereiten sich darauf vor, ihn im Notfall wiederzubeleben. Derweil zwingt sich Luna zur Suche nach ihrem Vater. Damit der Suchhund die Spur aufnehmen kann, besorgt sie einen getragenen Pulli des Rentners. Aber Sie haben jetzt auch die ganze Zeit, ich habe Ihnen einen Handschuh gegeben und nur damit haben Sie dieses Kleidungsstück angefasst. Aber das ist wichtig. Ja, ja, ja. Und dann riecht so ein Sieh und dann findet der hier keinen. Das ist also ganz wichtig. Der ist so, ach, da ist er schon. Hundeführer Herbert Mühlen erhält vor der Suche Informationen zur vermissten Person. Also wir haben ein Problem, wir vermissen Ihren Vater. Spürhund Laszlo ist spezialisiert auf die Suche von vermissten Menschen. Papa! Der Papa heißt Matze, ne? Matze, ja, Matthias, Matze genannt. Papa! Matze! Matze! Ja, der hat die Chur. Oh, geil. Der geht aber ab wie eine Rakete. Der hat eine Mütze gefunden. Eine Mütze? Zeigen Sie mal. So, Mütze, zeig mal her. Ah, nee. Die hat mein Vater schon vor drei Tagen verloren. Der ist ja immer so verwirrt, der verliert andauernd Sachen. Okay, also die ist schon länger weg. Die ist schon länger weg. Die Kappe hat uns nicht weitergeholfen. Die hat er schon vor ein paar Tagen verloren gehabt. Der musste doch irgendwo sein. Der muss irgendwo liegen und Hilfe brauchen. Wenn er die Mütze gefunden hat, geht auch ihren Vater. Von daher, gucken wir mal weiter. Dann würde ich sagen, gehst du wieder vor. Aufgrund von Nässe und Kälte besteht die Gefahr, dass Lunas Vater unterkühlt ist. Zudem steht zu befürchten, dass auch er einen Stromschlag erlitten hat und deshalb möglicherweise unter lebensbedrohlichen Herzproblemen leidet. Papa! Der Hund hat auf jeden Fall eine heiße Spur. Okay, super. Auf jeden Fall. Was ist das denn? Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Haben wir was gefunden? Hier Eiswürfel. Sieht aus, als irgendwas drin eingefroren. Ja, wir frieren manchmal Orangenschalen oder Himbeer an Eifel. Guckt ihr, aber ich weiß nicht, warum das jetzt hier liegt. Ja, wir haben dann bei der Suche noch so eine Eiswürfelform gefunden mit so komisch gelben Stückchen drin. Die Melderin sagte mir dann, dass sie da öfter mal Orangenschalen oder auch kleine Orangestückchen mit einfrieren für Cocktails oder ähnliches. Wieso gibt es ihr Vater die ganze Zeit mit diesen Eiswürfeldingern da rumgelaufen ist, war mir natürlich unerklärlich. Ich glaube eher, dass das irgendwas mit seiner Verwirrtheit zu tun hat. Aber was genau, sollte sich dann später noch auflösen. Dann würde ich sagen, Attacke geht weiter. Ja. Papa! Matze! Jetzt ist aber echt schon lange weg jetzt. Oh, hier liegt eine Person. Oh mein Gott! Komm mal hier zurück. Papa! So, Vorsicht! Oh mein Gott! Was ist denn, Leute? Ich richte die Münze mal da hin. Hallo! Dann lag der da im zugeklappten Sonnenschirm in Regen. Was war mit meinem Vater passiert? Papa! Er ist auf jeden Fall wach ansprechbar. Ich muss mir mal eben schnell Unterstützung holen. Als wir dann den Vater gefunden haben, war dies schon ein komisches Bild. Er lag in einem zusammengeklappten großen Sonnenschirm. Und das war schon eine komische Situation. Zum Glück war er ansprechbar. Aber hier brauchte ich definitiv erstmal Unterstützung und hab mir meinen Notarzt angefunkt. Er ist so bestimmt, der ist so durchgefroren. Hallo! So, machen Sie mal. Ach, sehr schön. Ich schwecken ihn. Alles meins. Alles, ja, alles irs. Super. Oh, wo haben wir die Uhr? Total, ja, ich versuche mal so ein bisschen hier raus. Papa, was machst du denn? Wollen wir hier so ein bisschen, das für das hier. Wie haben Sie sich denn? Ich wollte Ihnen das wegnehmen. Was machst du denn? Was ist denn noch? Sie dürfen noch alles behalten. Oh mein Gott. Papa, du hast dich verletzt. Ja, ist hier davon. Oh mein Gott. Papa, bewegt dich nicht. Bewegt dich ein bisschen nicht. Du hast eine tiefe Schnittwunde. Nein, nimm nichts weg. Ich nehme dich doch nicht weg. Jetzt bleib doch bitte. Hier, wo es leuchtet. Beruhige dich doch. Ja. Was ist denn passiert? Sonnenstirn drin. Der Sonnenstirn, ist er auf seine Stirn gefallen? Ja, nee, der lag da so drin. Warte, gib mir mal Mundschutz. Warum liege ich denn hier? Die Herren helfen dir. Unser Doktor gibt den Eimer im Mundschutz. Hören Sie mich? Ja. Was sind Sie denn? Sie nehmen ihn nicht weg. Nein, ich geb Ihnen sogar was. Ich nehme nichts weg. Um Gottes willen. Ich hatte hier alle Hände voll zu tun und hatte auch mitgekriegt, dass der Schwiegervater verschwunden war. Als ich ihn vorfand, war er völlig verwirrt, hatte eine Kopfplatzwunde. Gott sei Dank hatte er also keine Stromverletzung, keinen elektrischen Schock erlitten. Warum haben Sie denn hier den, da haben wir vorhin schon was gefunden. Was ist denn das? Schon wieder. Das ist in meinem Taschentuch. Ich habe mein Taschentuch. Sind das Eiswürfel aus dem Kühlschrank? Ja, ich weiß nicht, was der war. Ja, das sind halt die Medikamente, ja. Bei den Patienten haben wir nicht nur nochmal eine weitere Eiswürfelform gefunden mit Eiswürfeln drin, sondern auch noch einen kleinen Tablettenblister mit Tabletten. Was das mit dem ganzen Fall noch zu tun haben sollte, war uns bis jetzt noch nicht bewusst. Aber ich weiß, was er für Medikamente nimmt oder nicht. Ja, irgendwas da wegen dem Herz, aber ich, nee, er will das nicht so sagen, das ist ihm auch unangenehm. Das ist so ein Medikament gegen hohen Blutdruck, so ein Kombipräparat mit einem Entwässerungsmedikament. Ah, okay. Das ist ja mein Schwiegersohn, der wollte ihm wohl nicht doch was helfen. Ja. Ja, Papa, ihr wolltet doch den Kühlschrank verstellen. Aber wie denn mein Kühlschrank, also wann macht ihr meine Sachen hier? Nein, nein, die Sachen dürfen Sie alle behalten. Was meinen Sie, sollen wir mal versuchen zusammen aufzustehen? Ich war heilfroh, dass wir meinen Papa endlich gefunden hatten und dass ihm jetzt geholfen werden konnte. Aber was mit diesen Eiswürfeln war, habe ich immer noch nicht kapiert. Hat bestimmt auch was mit seiner Verwirrtheit zu tun. Leidet Ihr Mann irgendwie an Demenz oder sowas? Mein Vater. Ihr Vater, ja, Entschuldigung. Nein, ich denke es manchmal, aber er leidet nicht an Demenz. Boah, das ist immer alles, jetzt klappt. Er nimmt halt da diese Medikamente und sagt mir. Auf, die sind noch? Nein, im Moment nicht. Obwohl der 59-Jährige auf Notarzt Detlef Dworak einen dementen Eindruck macht, könnte auch Mattes Kopfverletzung seine starke Verwirrtheit erklären. Zudem fragen sich Tochter Luna und die Spezialisten, warum sich der Mann so vehement an Eiswürfel klammert. Wo ist mein Eis? Wo ist das? So, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, der Kühlschrank ist doch scheißegal, der Inhalt. Das ist mein Vermögen, meine Erspartes. Die ist auf der Bank, die geben die Kohle alles wohl raus. Die wollen Kohle von mir, die verfäffern alles. Ist das jetzt hier ernst? So ist das meins. Ich pass da drauf auf. Das habe ich so gelernt. Nochmal ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Was haben Sie hier eingefroren? Ja, mein Vermögen. Bei genauem Hingucken habe ich dann gesehen, dass in den Eiswürfeln Goldnuggets drin sind. Sein Vermögen auf Eis halt. Nicht für Cocktails. Er wollte einfach den Banken nicht sein Geld überlassen. Und deshalb hat er sich gedacht, die anderen frieren Orangenschalen ein in Eiswürfeln. Dann mache ich das mit meinem hart erarbeiteten Gold. Das ist mein Vermögen, das ist mein Nachkommen. Das ist ja toll, dass du so an uns denkst, aber du kannst uns da Vermögen in Eis einfrieren. Und auf Kopfkissen finden sie alles. Aber im Gefrierschrank findet keiner was. Mein Vater hat den Banken ja noch nie vertraut. Aber dass er sein Vermögen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Eis legt, ja wer kommt denn auf diese Idee? Der Dennis war ein bisschen zu polterig, das wollte ich nicht, so wie der das gemacht hat. Ja, du hast ihn einfach da liegen lassen. Nein, ich wollte ja Hilfe holen. Aber ich wusste nachher da draußen nicht mehr, was ich wollte. Ja, das ist das nächste Thema. Warum wussten Sie das denn nicht? Das ist doch ein Hund. Wir haben gar keinen. Was ist mit einem Hund hier? Was ist mit einem Menschen hier? Ganz genau. Und jetzt noch mal, damit wir das verstehen. Was müssen Sie denn hier für Medikamente nehmen? Ach, der hat gesagt, ich soll lieber nehmen, wenn ihr mir schlecht geht. Oder ich kann auch sein, dass ich was falsch verstanden habe. Sie haben ja ein bisschen viel Medikamente aus diesem Blister genommen, ne? Ja, ich wusste nicht, ob ich die schon genommen hatte, oder nicht? Ja. Herr Kleinschmidt war ja nun Herzpatient und musste also Bluthochdruckmedikamente einnehmen, verbunden mit einem Entwässerungsmedikament. In seiner Vorstellung meinte er viel Hilffehl und hat einfach wahllos die Medikamente pro Tag eingenommen. Das war natürlich ein grober Fehler. Denn wenn man zu viel Entwässerungsmedikamente einnimmt, kommt es zu einem Natriummangel im Körper. Und Natriummangel führt eben zu Halluzinationen und Verwirrtheitzuständen. Also, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ja, hat Ihr Vater die ganze Zeit seinen alten Eisschrank, ja, wollte da immer, dass die Dinger schön gefroren sind. Dann ist das Ding, als Ihr Mann ihm geholfen hat, das Ding zu tragen, hat er einen Stromschlag bekommen. Ihr Papa hat sich erschrocken, ist hier, weil er eine völlig falsche Medikation hat, wie so ein verwirrtes Hühnchen durch die ganze Anlage gelaufen und wusste hinterher nicht mehr, was er wollte und hat nur immer an sein Gold gedacht, für sie als Altersvorsäule. Da auch mehrere Stunden nach einem Stromschlag noch schwere Herzprobleme auftreten können, blieb Ehemann Dennis für drei Tage zur Beobachtung in der Klinik. Lunas Vater Mattes wurde im Krankenhaus auf neue Medikamente eingestellt. Seither hat sich seine Vergesslichkeit deutlich gelegt. Am Kühlschrank als Tresor will der Rentner weiter festhalten.